Und hier auch nochmal das Kraut, was immer es ist. Es wird sicher lecker schmecken. Da hinten leuchtet irgendwas. Allerdings möchte ich hier nicht unbedingt alleine durch den Sumpf tapern, weil zu zweit ging der Wurm gerade ganz gut, aber alleine habe ich meine Zweifel, dass wir den geschafft hätten. Ah ja, sieh mal eine an. Ich glaube, wir sind beim Banditenlager. Hm, ist dir etwa kalt? Ist dir kalt? Nein, hier stinkts. Oh, das tut mir leid, das war ich nicht. Hm, erzähl mir nochmal was über das Lager hier. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachbosten. Ach was. Also Riccardo wird auf jeden Fall mein aller 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 bester Freund. Und was machst du hier? Außer Wache schieben? Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Aha, und wo genau sind diese Ruinen? Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Oh Mann. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf, sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenn dich doch überhaupt nicht. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst dir falschen Fragen. Okay. Versuchen wir's mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah. 30 Gold? Ist ja Wahnsinn. Gut, ich töte die ekligen Insekten. Ich weiß nicht mehr, was für Insekten. Gut. Ich töte die ekligen Insekten im Sumpf. Für 30 Gold. Okay. Mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Ach, Motten hab ich halt wieder gesehen. Riccardo, kannst du mich denn trainieren? Am besten vielleicht was Diplomatisches. Kannst du mich trainieren? Ah. Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiel nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Hm. Kannst du mich im... Ja, mach mal später. Da hinten seh ich grad ein paar Motten rumfliegen. Wir können doch später mit den Leuten reden. Ich werd auch mal versuchen, nicht immer alles vorzulesen, was da steht, sondern einfach mal das Gespräch laufen zu lassen. Dann dauern die Gespräche nur halb so lange. Ist vielleicht ein bisschen praktischer. So, ich hoffe, die kommen noch nicht zu viert, die Viecher. Hey, warte doch nicht! Doch, die kommen zu viert. Oh, kacke. Ach, super. So geht's natürlich auch. Greif an! Hey, danke, Mann! Du hast doch bestimmt noch was vor. Das stimmt. Und zwar hier alles einsammeln, wo gibt. Und gleich mal ganz kurz das Mikrofon ausschalten, weil ich husten muss. Da waren noch vier. Ach, genau. So, waren das schon alle Insekten? Na, das ist doch angenehm. Da überfällt mich ja gleich die Reiselust. Eine einfache Truhe. Was haben wir denn da? Bruchstück eines Schwertes. Ohne Schmied ist es fast nichts wert. Ne Fackeln, Dietrich und Bolzen. Aha, aha, aha. Und eine Schaufel. Und eine Spitzhacke. Und eine Heugabel. Mensch, Klauen macht Spaß. Und eine einfache Truhe. Und ich huste kurz. Und da bin ich wieder. Was haben wir denn da? Nutzloses Amulett. Damit könnte man noch nicht einmal eine Frau beeindrucken. Wow, also noch nicht einmal eine Frau. Die man ja sonst mit allem beeindrucken kann. Vor allen Dingen vielleicht mit einem Schniebel oder so. Super. Wichtelkappe. Was ist das denn? Ein Mollusk. Ist ja süß. Ach, hier, Nautilus. Kann ich den vielleicht? Die krieg ich nie tot. Eine Moorleiche. Wo kommt die denn her? Jungs. Hilfe. Ich hab mich nass gemacht. Ich schwör, da war grad ne Moorleiche, Freunde. Ich lauf... Weg mit dem Ding. Geht doch. Entschuldigung. Hey, Domingo. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Mit was? Mit Schwitzen? Erzähl mir was über das Lager. Ne, was machst du hier? Erzähl mir was über das Lager. Ach komm, was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Pfff, Drecksau. Hallo, Sam. Hallo. Hm. Dich hab ich hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Haha. Mann, da hast du dir ja ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist aber kein Holzfäller, oder? Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn's vielleicht grad so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komm ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Broga nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Broga? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Du sägst Brogas Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich hab mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Heißt das, dass Broga dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wärst du dich nicht dagegen? Im Moment hab ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Hm. Das war Domingo und ich dachte, der Domingo wäre das Chef. Broga, na den gucken wir uns nochmal an. Der sieht auf jeden Fall super freundlich aus. Das ist bestimmt ein Kuschelbärchen. Komm, ich speicher mal lieber ab. Man weiß ja nie, wenn wir von dem auf die Fresse kriegen, dann fliegen wir bestimmt zehn Meter durch die Rissenwelt. So, Broga, du alte Kacksau. Broga, Broga. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden. Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Äh, ich bin kein Arbeiter? Ich bin kein Arbeiter. Bist du nicht? Sehr gut. Dann bist du ab jetzt mein Lakai. Ich hab Hunger. Bring mir eine gebratene Keule Fleisch von der Köchin Rachel oben bei der Schmiede. Aber beeil dich, sonst komm' ich dich holen. Wir haben grad ne Quest gekriegt, wo wir ihm sein Hähnchen holen sollen. Da fällt mir ja nichts mehr ein. Ich hätt' das mit dem Hintern versohlen sagen sollen. Ach Mist. Die Stürme werden schlimmer. Komm' mal da hoch? Nee, komm' mal nicht. Überall redet man über ihn. Überall redet man über ihn, über ihn? ... wird sich niemals ändern. Wer denn? Einfach auf die Fresse. Einfach so. Tja. Was soll ich dazu noch sagen? Sie haben da etwas in den Ruinen gefunden. Aha. Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Und, äh... Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Soll ich dir mein Gold jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Nicht direkt. Nur wenn du es bei einem ehrlichen Spielchen verlieren solltest. Wie funktioniert dein Spielchen? Ha. Bist neugierig geworden, was? Also, pass auf. Ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Haha. Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst. Dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arenakampf? Solche Dinge. Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Ähm, 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 erzähl mir doch mal mehr über die Arena. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ah, verstehe. Welcher Kämpfer ist denn gut? Riccardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager. So wie ich das sehe. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke plus eins. Fünf Lernpunkte. Hohe Stärke ermöglicht es dir bessere Waffen zu benutzen. Außen verursachst du im Nahkampf mehr Schaden. Nehmen wir gleich mal mit für 65 Gold und fünf Lernpunkte. Ich will stärker werden. Gut so. So. Ach, können wir wieder. Für 90 Gold. Ja, machen wir später. Okay. Ich will in eurer Arena kämpfen. Machen wir auch später. Jetzt haben wir sowieso noch Hells-Probleme. Und wir haben einen Auftrag. Und wir haben noch eine Menge zu quatschen. Unter anderem mit Lorenzo. Heißt er jetzt nicht Loretta oder so? Oder keine Ahnung. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Geht auch wieder zu DSDS. Ich bin übrigens neu hier. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine überscheuerte Frage? Ich fragt ja nur. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich hab keine Ahnung und es ist mir auch egal. Was? Pah, dir wird noch das Lachen vergehen, du Witzbold. Wenn sie dich erstmal zu fassen kriegen und dich in den Tempelruinen verheizen, werde ich derjenige sein, der lacht. Wenn du das sagst, woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Man, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das da rumliegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Hört sich doch soweit gut an. Wie genau willst du das Gold aufteilen? Ganz brüderlich, 50-50. Ist doch klar. Abgemacht. Geh vor. Na dann wollen wir mal. Folge mir. Na, da bin ich ja mal gespannt. Äh, ähm, äh, ich würde aber gerne trotzdem vorher noch speichern, weil das wäre auf jeden Fall sinnvoller. Ich geh voran. Das ist doch ne Falle. Der führt mich doch hier irgendwo hin und überfällt mich. Gehen wir weiter. Natürlich gehen wir das. Falle, sag ich doch. Aber dann müssen wir das auch noch. Das ist doch noch. Und dann gehen wir doch noch.